Dann nutzen wir die 100% Blutpunkte wieder aus. Hast du dieses Outfit gekauft? Ja. Ich musste es haben, es sieht so gut aus. Ja, wo du weg warst, habe ich eine Runde Pyramid Head gespielt. Da habe ich genau gegen so einen auch gespielt. Ja, das ist ja sein RE4 Outfit. Aber irgendwie in dem Game sieht er so viel blonder aus, weil der hat eigentlich so hellbraune Haare. Sieht er so blond aus? Hä, ne. Hat er nicht im Resident Evil 4 auch so blonde Haare? Ne, also sie sehen nicht so blond aus. Guck, wir haben schon wieder einen Misfit, das gibt es doch nicht. Wir haben immer so ein Resident Evil Trio und dann gibt es einen, wo das nicht ist. Hä? Claire Redfield im Schwimm Outfit? What the fuck? Das war gerade Misfit Cursed. Das gibt es nämlich normalerweise nicht. Ey guck, wir spielen jetzt die gleiche Runde, wo wir das letzte Mal hatten, nur andersrum. Nur diesmal bin ich Leon. Aber, ja doch, wahrscheinlich ist es dann so, dass es immer random Dinger ist. Also, mal das ist so, also mal ist es dieses Großgebäude, mal ist es dieses Kegel. Random Realm, ja, das ist glaube ich. Das ist aber schade. Weil es gab schon mal so. Da wurde einfach das Haus ausgetauscht. Und das ist wieder so. Ja, ja. Das wird es dann sein. Aber die Map hatten wir auch echt selten. Mit diesem großen Gebäude da. Ja, und es ist einer der besten Maps. Wer da wohl ein Aktetyp war. Aktetyp? Ja genau, ja, ja. Doch, ja. Wir müssen uns erstmal gewundert haben, wer zum Fick das eigentlich ist. Okay. Oh nein. Die ist okay. Wieso passe ich hier so gut rein? Magst du mit den Chen machen? Warte, warte. Ist hier der Killer? Ja. Ich habe nicht erkannt, wer das ist, aber ja. Man, ich glaube ich nehme den Build-Pack raus. Voll egoistisch. Mit der Boden-Luke. Ja. Lieber nehme ich so einen Teamwork-Pack rein. Huntress, oh nein. Ich hör's schon. Gell, wirklich. Kein Spaß. Nie diesen neuen, coolen Killer. Ja, okay. Chucky ist jetzt nicht neu, aber... Trotzdem. Ja, wahrscheinlich, weil... Weil die halt free ist, Huntress. Mhm. So ne free... So ne free... No-Skill, so. Wie bitte? Ist halt so ein bisschen no-Skill. Ja. Huntress. Deswegen... Werden die so viele auch wählen. Sind einfach nur mit der Axt werfen und so. Wenn jemand mit Palette und wird mit draußen hinten. Ich hole den... Ich hole den... Such doch ein bisschen schon direkt im nächsten Jam. Ich hab das hier mitgemacht, ich hier den... Ih, so blonde Haare hat er nicht. Ich sehe aus wie Ken. Ja, aber ne, ich kann nicht daran... Teil 4, da hab ich auch bis... Nein, ich sehe aus wie Ken. Bisschen Gameplay gesehen, da hat er schon... So. Schon blonde, oder? Ach guck mal, auf diesem Bildaufbau ist das jetzt so... Ja eben, das meine ich ja. Hat er solche Haare? Und wenn ich das andere... Wenn ich das andere Outfit wähle, hat er so... Ne, hellblau... Hellbraune halt. Man denkt manchmal hat blonde, aber das stimmt gar nicht. Hat hellbraune so... Eigentlich... Also auf jeden Fall nicht so blonde. Okay, nice. Was ist das? Ne, ich hab grad die Kamera die ganze Zeit so... Auf meine Haare gehabt, ich guck da vorne auf einmal ist da die Handschuhe. Mich hat... So ne kleine Wand... Hat mich von ihr getrennt. Und sie hat mich nicht gesehen. Ich... Oh nein. Nein, Claire! Warte, 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 ich kann sie Flash erzählen, alles gut. Ich kann's versuchen. Sie hat den Billy Perk. Dass man sie nicht blenden kann. Ja. Ja. Das 80% sozusagen länger dauert sie zu blenden. Es ist möglich, aber es dauert ungefähr 3 Sekunden länger. Ja. Als normal und das... Ganz vergessen. Sehr schön sie ist. Obwohl jetzt in dem Licht ziehen sie... Ne, sie sind immer noch sehr blond. Ja. Ich sehe wirklich aus wie Ken, das ist irgendwie nicht gut. Sie ist direkt bei mir. Ja. Ähm... So, vergang zurecht. Weißt du zufällig, du weißt wo die Sable ist? Weil ich überleg grad Claire zu safen. Äh... Ja. Sehr ziemlich freit. Das war natürlich jetzt nicht so schnell. Ja, okay, gut. Sie... Tunnelt wenig bis jetzt. Garantiert hat er die Frage. 100%. Hä, die Sable hängt ja schon zum zweiten Mal, what the fuck. Mann, die Mates müssen mal ein paar Gents machen. Ohne Witz. Scheiße. Pass auf, sie kommt wieder. Ich kann sie nicht ablenken. Sie geht immer wieder zurück. Weil lass mich darüber... Mach die Gents, ich gehöre mich darum. Äh, versuchst du sie zu retten, oder? Jaja. Ja, alles gut. Ich schaff das schon. Okay, habste. Das ist auch grad bei mir. Wir machen den Gents direkt. Oh ja, sie hat den Tumor Perk. Ich bin eins mit der Natur. Ich bin wirklich eins mit der Natur. Sie sieht mich nicht. Nein! Entschuldigung, ich mach mal den... Ich hab keinen Bock mehr gehabt. Ach nein. Jetzt rette ich sie nicht mehr. Das find ich so ehrenlos. Oh! Ach du Scheiße. Was? Ähm, Dinger. Dieser Fähigkeitscheck, den hab ich nicht gehört. Der kam einfach ohne ein Geräusch. Das ist ein Bug. Bei mir kommen sie teilweise zwei hintereinander. Ja, oder es kann ne Huntress Perk sein, weil die hat auch grad nen Perk drin, dass die Fähigkeitschecks viel schneller sind als sonst. Oh, diese Äxte! Warte, ich versuch dich zu flash jetzt irgendwie. Okay, nein. Sie will geheilt werden. Und du bist... Ja, sie hat auch einen scheiß Perk. Okay, nice. Ich bin in dem Haken einfach verreckt. Oh, nicht schon wieder. Man hört sie nicht. Jetzt ist echt... Man hört sie nicht! Die Skillchecks, oder? Ja, die Skillchecks, oder? Den Bug hab ich auch ganz oft. Aber ich glaub, diesmal ist es der Perk. Es ist der Perk, dieses Mal. Ne, weil ich hör sie auch. Ne, ne, weil ich hör sie. Echt? Ja. Komisch, warte mal. Jetzt mach ich mal beim Gin. Ich hör auf. Ich möchte hier nicht mehr sein. Nee, ich hör sie tatsächlich nicht. Pauli, pass auf. Ernsthaft jetzt? Digga, willst du mich jetzt ficken? Mal was sein. Willst du mich eigentlich ficken, du dumme Hure? Sehr gut. Gut, 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 Cory. Mann, die Mains machen einfach keine Gens. Warte, ich lenke's ab. GGG. Okay, die zwei Mains machen wenigstens was. Ja, sie sind bei mir. Die zwei Mains. Pauli, bist du safe? Ja, ja. Gut. Okay, die Mains haben gleich einen Jam. Nein, die Houndress ist hier. Gut. Ich bin ein Zeichen. Ja, das war's. ein bug also du hast die fähigkeit ist ja ja aber ich weiß was du meinst ich höre sie manchmal auch nicht man muss dafür noch voll aufmerksam sein naja ja da darfst du gefühlt gar nicht blinzeln ach du scheiße hat der bock erschrocken ich lege ich bin ich ja ok der bock holt einfach mal fress ab halt mich mal hoch ja was macht der bock ich war nicht eins mit der natur Oh, diese Äxte. Hä, ne, ne. Ne, hä? Geil. Geil. Ich finde das total geil. Nein, wir sind hier wieder hier. Was ist besser, Corey? Überlebt es. Ich versuch's gerade. Sie hat einen persönlichen Hass auf mich. Digger, was hat... Digger, was kann die für einen Sprintangriff? Ach, der wird wieder verraschen. Ich bin ihr so gut entkommen und auf einmal läuft sie doch wieder zurück. Der Bart holt dich. Oh, ich muss auch nicht sagen. Weißt du, der ist auch noch schneller und man hört's nicht. Ja. Aber ich hab auch gerade eine Trophäe bekommen. Jetzt ist es doch kein Bug. Doch, das ist ein Bug. Ja, ja, okay dann. Weil ich hab gerade so eine Trophäe, wo ich einen Gen gemacht habe, vollkommen unter Druck. Jetzt hat er dazu perfekt dazu gepasst. Nein, sie hat Mori. Leute, sie dürften nicht mehr sterben, sonst moriht ihr euch weg. Hat die die eine gemorriht? Ja, ich guck sie gerade zu, wie sie moriht. Scheiße. Die dürften nicht mehr sterben. Ja, ich versuch's mal. Pass auf, sie kommt da, wo ihr wart. Wo du, wo, 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 wo sie geht dahin. Scheiße, okay, danke für den, danke. Ja, voll, nehm. Ja, voll, nehm. Kommst du jetzt her? Bro. Ja, sie kommt, sie kommt. Ich hab den Gen extra sabotiert, damit die ihr weitermachen können. Klar, wo bist du? Alter. Bro, ich... Das... Ich hör's nicht mehr. Auch? Ja, das ist ein Perk. Pass bitte auf. Sie kommt wieder zurück, Ori. Warte, aber ich mach so einen Gen hier am Arsch der Welt. Du musst immer hin und herlaufen, dafür. Und dafür wird der Progress immer dann weitergemacht. Aber ich muss jetzt aufmerksam sein, weil ich hör's auch nichts mehr an. Das ist ein Übelschnell. Bro, André, ich versteck mich hier hinter einem Baum. Es ist so 50-50 gerade. Mein Gott. Sag Bescheid, wenn sie wieder in die eine Richtung geht. Sie läuft, glaub ich, wieder weg. Oder? Nee, sie läuft wieder zu mir. Bro, sie sucht wirklich alles ab, ne? Wo ist Claire überhaupt? Ja, dann ist... Die Kack-Shits. Ich glaub, sie läuft wieder weg. Sie kommt. Ja, sie kommt. Zu dir, ja, oder? Nein, die Claire ist hier auch. Nein. Ich bin die Claire. Nein, sie sprintet. Ach, Claire. Wie schwieriger das Spiel wird, wenn man die scheiß Dinger nicht mehr hört. Ja, ja. Du hättest du daran gewöhnt, einfach so auf das Geräusch zu hören. Ja, vor allem, wenn die so am Anfang auch noch kommen. Ja. Voll schnell, gell? Muss nicht schnell reagieren können, ey. Wo ist Claire? Okay, Claire ist da hinten. Sie ist tot. Und Dr. Moritz. Ja, das ist natürlich sehr schade. Aber dafür haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Gens. Digga, das kannst du sowas von vergessen. Ja. Ich bin aufgeflogen, André. Fuck. Du willst dich moring-carry? Nicht, wenn sie mich nicht kriegen kann. Oh, wie ist's? Den Gen hab ich bald. Gut. Gut, fuck, daneben. Missed me, missed me. Now you gotta kiss me. Komm, André, du hast Zeit. Nein, nein, nein. Ich geh lieber ins Kontrale, also in die Mitte, also ins Gebäude da rein und suche nach der Hedge. Hedge ist nämlich jetzt genau da. Du hast gerade gemorriert was. Ist denn komm? Nein, ich muss sie suchen. Kacke, sie ist bei der Handschüss drüben. Ne, ich hab sie! Da ist sie, ja. Juhu! Guck, dafür ist der Perkante nicht um weh. Vielleicht auch ein bisschen salzig sein. Na, komm, spring einfach rein. Okay. Wenn der ist. Boah, 200k, ey. Ich hab nur 100k. Ja, guck mal. Wie? Wie er grüßt den schwulen Pökska. Tüftler, okay. Ja, nur Skull. Ja. Okay. Diese basic Anfängerperts, die aber richtig abfacken. Lecker Barker. Woher kommt das überhaupt? Weiß ich nicht. Der Lecker. Was? Nichts. Was, Gott? Was ist die verkümmerte Insel? Verkümmerte Insel? Warte, schnell. Ach, das ist grad, ähm. Das ist Ding. Äh. Garten der Freude. Ach so. Wir hatten lang nicht mehr die Uni-Map. Aber das ist doch gut so. Ja, die Scheiße. Einzige, was ich, was ich da, was ich daran echt cool finde, ist, dass die Statuen sich bewegen. Aber das verratet die auch ab und zu. Ja, ich weiß. Warte, kurz. Warte, kurz. Warte, kurz. Blutpunkt, der ist versparen, oder? Scheiß drauf. Ah. Das war's für heute. Wo ist der vierte? Kommt noch. Drei. Zwei. Eins. Hier. Doch nicht. 0. 0,9. 0,8. 0,7. 0,6. Jetzt ernsthaft, wo ist der? Hallo? Schon jetzt nur zu dritt? Da müssten wir nur vier Chains reparieren, ne? Nein! Nein! Was? Wir müssen immer auf ne Runde warten, wirst du die Leute sind. Hä? Könnte man nicht damals auch in ne Runde einfach reinladen mit nur drei Leuten? Ging das mit? Das ging mal, das war ein Bug. Ah ok. Ja, gab's damals nicht sogar den Modus, äh, 8 Survivor gegen 2 Killer? Das war, ja, aber ne, ich glaub das war Mod auf PC. Na, schade. Weil ich find das eigentlich ne... Die YouTuber haben das damals mal gespielt. Aber 8 Survivor. Aber da sind die Maps doch zu klein für. Auch. Ja, Bro und äh, fucking zwei Killer, Junge. Ja ok, wenn man das richtig durchdacht machen würde, so mit einem, den Killer und der Killer. Ich hab ein Stalker und ein Mist-Stalker, Alter. Boah, Junge. Boah. Mein Gott, nur weil du keinen hast. Also ich mein natürlich deinen spielbaren Charakter, weil du an sich... Nein Andre, guck euch, ich mach sogar was für dich. Musst du nicht. Ja ok, dann mach ich's nicht. Ich hab immer noch die beste aussehendste von denen allen, ne? Wieso kommt die sich an diesen Rock? Der Rock ist schon dabei. Nein, nicht der, der die einen da hat, zum Beispiel. Hä? Der kostet einfach einen Fünfer. Hä? Der kostet einfach einen Fünfer. Hä? Ist das nicht der, der die alle schon haben? Nein, nein, nein. Der Helm ist scheiße. Der Helm ist wirklich hässlich. Hä? So hässlich? Wow ok. Wow ok. Alles egoist, egoister. Ja. Ja ich auch, ich gehör jetzt auch dazu, what the fuck. Du auch. Dredge. Wir haben gespielen gegen die Dredge. Ja ich seh's. Dredge. Dredge, ja. Ich hab grad mich erst gefreut, dass irgend so ein neuer Killer ist. Aber nö. Aber der ist kacke. Weil das, weil das wird ja nicht für alle angezeigt. Dass da gegen, hm hm hm, die spielt, gegen die Hymn spielen. Ja ich weiß. Aber immer irgendwie wird das nur bei denselben Killern angezeigt. Ja das ist immer bei den Neueren. Aber warum wird dann auch Dredge angesteigt? Der ist doch schon ewig alt. Dredge. So. Bin ich schon fast zwei Jahre alt? Nein, zwei Jahre nicht. Ein paar, neun Monate oder so. Acht mal. Ja oder ein, fast ein, ein Jahr oder fast eine. Der ist schon mehr als ein Jahr alt. Ich weiß noch, der gibt schon länger als wir angefangen haben zu spielen. Und wir haben vor einem Jahr gespielt. Acht, er ist das letzte Mal. Also November 2022. Ja der kam irgendwann 2022 oder 21. Ich glaube er war 22. Der ist schnell die Zartage. Gell. Da waren wir noch zehnte. Ja. Oha, das kann die Map sein? Nein. Doch. Das ist die. Welche? Mit dem Kino. Nein ist es nicht. Das ist schon eine ewig alte Map. Nein, aber das ist die mit dem Gebäude. Cool. Aber was fliegt da? Andre, was ist da für ein Wasserturm? Ne, der war immer. Ne. Nein. Normale Map. Doch, der Wasserturm war da wirklich immer. Ja, aber der hat irgendwas dran, ne? Dran? Ja, komm, da hängt irgendwas. Ja. Ja. Das meine ich. Das war da vorne nicht. Warte, ich helfe ihr. Ich helfe ihr. Ja. Nein, einfach nicht gesehen. Nein, natürlich. Ich helfe ihn auf. Ja. 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 Ach! Wieso sagst du, oh Gott, Corey? Wieso schreien wir jetzt so random? Ich muss, ich muss zu ner Palette hinkommen. Ich muss hier ner Palette hinkommen. Ja, weil du so impflos rumgerannt bist. Ich muss zu ner Palette kommen. Dann kann ich ihn, dann kann ich ihn ermorden. Nein! Fuck! Wieso lockt ihr ihn nicht weg? Komm, bitte Palette. Ich hab's gemacht. Palette! Wie röste denn die eine? Hey! Nicht schon wieder! Geschrien! Nein! Oh je! Das sieht irgendwie grad nicht so angenehm aus. Warum ist es so dunkel? Das ist wahrscheinlich... Ja, das ist doch sein Effekt. Nö! Ja, aber ja, ich weiß, aber... Selten ist es, ne? Was hast du vorher gesagt? Nicht schon wieder, dass ihr geschrien habt? Oder dass, äh... Ich schreie. Ja, das ist fein. Oh, was macht sie denn? Was hat sie gemacht? Scheiße sein! Ich schreie. Nein! Ich brauche dich. Frau, ich schreie. Ich brauche, du dalla bist du da. Ich brauche dich. Wurzeln, doch ja. Ich brauche immer noch zu dir. Ich brauche dich! Wir schauen mal... aber ich denke ihn gerade richtig gut ab wenn er nur andere zwei so gut und hochhelfen würde sehr gut ich wollte es gerade auch machen da habe ich gesehen ah das dredge ne da kommt mädels jawohl so wird es gemacht kommen dass ich euch heilen pass auf er geht wieder durch den schrank habe ich an zwei schränke zugemacht aber er hat zugemacht ja man kann ihn verschließen damit er nicht durch deswegen sehe ich die ganze diese symbole exakt komm her schätzchen komm ich kann dich auch heilen leck mich selber hast du so ein perk an dass ich das sehe nein ich glaube es ist normal das würde man sich gar nicht erkennen ich bin immer noch verletzt weil die verkackt hat ach so ist es für ihn dann eigentlich auch so dunkel nein wunderpropft er kommt ich war mir nicht ganz sicher ob er wirklich kommt ich bin so ein team player ich weiß ich helfe dir schon alles gut einfach zu gut für den keller warum hat euch alle schon so oft am huck gehabt das ist voll kacke wer ist gar cory ja was denn ich hatte Angst einmal nein nix angst haben was nix angst haben jen machen der er macht die schränke zu ja ja darf ich nicht nein ich komm mit ja warum darf ich die nicht hä ich verstehe dich nicht ach egal mein gott immer frauen alter immer ihr scheiß frauen was auch ja komm mach du weiter mach weiter ey nicht schon wieder verschreien wir nicht wir nie Hä? Man kann die, glaub ich, nicht blenden in dem Modus. Ja, ist ja auch alles dunkel. Ja, da sollte man ausgerechnet den blenden können, wenn man alles dunkel lässt. Bro, wie er straight up zu mir kommt, als ob er es wusste. Ist doch überhaupt nicht gut. Ja, bringt mir wenig, wenn hier nichts ist. Ach Digga, f*** meine Katze. Okay, bei mir ist da auch nichts. Einer verfolgt wieder jetzt. Ich hab ihn da schon verloren, Andre. Oh, was? Ich glaub ich hab den Killer zu sehr verwirrt, dass er mich einfach verloren hat. Was ist das? Warum kann das sein? Was ist das für ein Portal? Da kannst du ja doch teleportieren. Okay, da kannst du TP. Ja. Ja. Es ist wieder bei mir. Mein Gott, Alter, wie viel ist, wie viel Progress ist da wieder weggegangen? Pass auf, da kommt wieder Corey. Ja, wieso ist die Dumme los? Jetzt wieder hier! Digga! Man kann ja nichts bei dem Chen machen. Digga, der Chen ist in der Ecke. Weißt du, wie scheiße das ist, wenn der straight up da hinkommt? Egal, blatt du wär und du mach das schon. Wie war? Ja, blatt du wär mit drei R. Oh Gott. Was? Der ist direkt hier. Er weiß, glaub ich, wo ich bin? Ja, das denk ich mir auch schon die ganze Zeit, weil er straight up zu mir gekommen ist vorher. Hä? Warum suchst du hier alles zu grüßig ab? Obwohl ich in der Ecke gewesen bin. Ich will nicht laufen. Das ist, glaub ich, eines der schlimmsten Killer, den es gibt. Nicht, weil er mies unfair ist, sondern weil es mies creepy ist. Vor allem, wie macht er das eigentlich immer so dunkel? Indem er in einen Schrank geht, glaub ich. Ah. Fuck. Nein, Blutluver. Blutluver. Digga, Blutluver, Alter. Er hebt ihn nicht mal auf, sorry. Schon wieder so einer. Ja. Da alles für den Sieg tun. Ah doch, guck mal. Okay, Blutluver auf. Blutluver, Alter. Blutluver. Ja, aber vor allem mit 3R. Oder Luver. Weil es wahrscheinlich mit 1 oder 2R nicht mehr gab. Ja, dann warum U? Ach, gab's Lover mit 3R auch schon, oder? Ne, aber viele nennen sich so Luv. Ist auch voll gay. Ne, es sind meistens immer die Mädchen, die sich so nennen. Sorry, denn es ist lesbisch. Ach du Scheiße! Ich mich erschrocken, Digga! Digga, wie fies ist das denn? Ach du Scheiße!